Guten Morgen, wie geht's euch? Wo wart ihr denn heute Morgen? Ich habe es nicht geschafft, aber dann wird es kommen. Ich habe 10 Minuten gewartet, aber als ihr dann um Viertel vor sieben noch nicht da wart, bin ich alleine gelaufen. Das war jetzt schon das vierte Mal. Wo wart ihr denn? Es tut uns leid. Wir wollen ja kommen, aber wir waren immer zu müde. Wie schaffst du es zu stehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich laufen gehen will, denke ich an Waltraud. Wo ist Waltraud? Meine Tante. Sie ist früher jeden Tag gelaufen, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auch im Bett liegen bleiben, aber als ich dann in Waltraud gedacht habe, war es plötzlich kein Problem mehr aufzustehen. Und das funktioniert immer? Na ja, beim Laufen funktioniert das sehr gut. Wenn ich Auto fahre, denke ich lieber nicht an sie. Sie war auch eine fürchtbar schlechte Autofahrerin. Das ist ganz einfach. Immer wenn wir aufstehen wollen, denken wir an Nadine. Das ist ganz einfach. Immer wenn wir aufstehen wollen, denken wir an Nadine. Yep. So Disziplin. Diese Schn佐el kommen. まず hat sie am Ende перемe reins nach ihremm jours functions.